Es verbreitet sich gerade die Nachricht, dass die russischen Truppen nun standardmäßig glatt rasiert sein müssen, was von vielen als Anzeichen dafür gewertet wird, dass als nächstes biologische Waffen zum Einsatz kommen könnten. Also wir schauen nochmal da genauer nach, was es mit dieser Meldung auf sich hat. Aber prinzipiell ist das Thema natürlich dann super akut. Und wir hatten ja schon vor Monaten darauf hingewiesen, haben dann auch sehr viel Kontext genannt, halt die bestmögliche Literatur genannt, die es zu dem Thema biologische Kriegsführung geht. Und wir haben dann auch auf aktuelle Militärdoktrine hingewiesen und diverse Planüberlegungen hingewiesen aus verschiedenen Ländern. Das heißt, biologische Waffen sind nicht unbedingt immer super tödlich und das ist auch nicht unbedingt immer nur ein Mittel der letzten Wahl, sondern das kann auch relativ bald in einem Konflikt zum Einsatz kommen oder mittendrin, wenn halt die konventionelle gewöhnliche Kriegsführung nicht so erfolgreich ist mit Panzern und Gewehren, wenn also die Kosten da einfach zu weit steigen. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt nämlich angekommen. Es wurde ja meistens geredet über die nukleare Option, da haben wir auch einiges natürlich dann dazu erzählt und sind da richtig, richtig tief eingestiegen, finden die entsprechenden Texte und Videos auf recenter.com oder recenter.media. Ja, es gab viel Diskussionen über einen begrenzten nuklearen Waffeneinsatz. Dabei wurde diese biologische Debatte eher an den Rand gedrängt, obwohl biologische Waffen natürlich dann einige Vorteile haben gegenüber nuklearen Waffen. Also biologische Waffen sind unglaublich billig, die Hemmschwelle ist niedriger, es gibt halt auch mäßig geringtödliche Waffen, die den Gegner einfach nur außer Gefecht setzen sollen, kampfunfähig machen sollen. Das gilt als humane Option, das ist dann auch international vielleicht nicht so eine riesen Empörung, wie es halt der Einsatz von Atomwaffen wäre. Ja, mit dem ganzen Fallout und was damit alles noch zusammenhängt. Also beispielsweise der Twitter-Account von Igor Sushko sagt, General Gerasimov hätte jetzt eben diese Befehle rausgegeben, keine Telefone mehr, keine Handys, keine Tablets. Anscheinend fürchtet man, dass das alles verseucht ist durch amerikanische Malware oder die NSA oder sowas. Ja und eben einer der Vorgaben lautet eben dann, Bärte sind jetzt verboten, alle müssen glatt rasiert sein. Ja, weil ansonsten mit Baren hält eben eine Maske nicht wirklich dicht. Und das jetzt alleine, falls es tatsächlich dann diese offizielle Order so rumging mit dem Rasieren, das ist jetzt natürlich noch kein Beleg dafür, dass es zu biologischer Kriegsführung kommt, aber der ganze Kontext, wenn man sich auskennt mit dem Thema und richtig reingearbeitet hat, dann weiß man, dass jetzt eigentlich ein sehr günstiger Moment wäre. Ansonsten, ja, in ein paar Wochen oder Monaten, wenn es dann zu halt verstärkten Panzereinsätzen kommt, auf beiden Seiten, also wenn die Ukrainer dann tatsächlich dann hier richtige Kampfpanzer haben, nennenswertes Stückzahl und Artillerie und sowas. Also Russland könnte stärker demonstrieren. Ja, das heißt, es sollte ja eigentlich generell eine Machtdemonstration sein, die Ukraine. Der Überfall, es wurde eher zu einer Schwächedemonstration. Und der Gesichtsverlust ist für einen Empire immer brandgefährlich, vor allem für eine Supermacht. Ja, wenn man halt eben dann hier als schwach wahrgenommen wird, ja, dann kann so ein Empire halt dann doch irgendwie zusammenbrechen. Der Einsatz, sei es einer kleinen Atomwaffe, könnte auch als Schwäche eben betrachtet werden, hätte dann eben erhebliche Konsequenzen. Wenn man jetzt eben eine mäßigtödliche oder geringtödliche biologische Waffe einsetzt, das könnte ein Gamechanger sein in diesem Konflikt. Also die zivile Infrastruktur wurde ja sowieso schon sehr viel bombardiert hier in der Ukraine. Und NATO-Länder konterten darauf, indem sie halt dann hunderttausende Generatoren lieferten, Stromgeneratoren und solche Dinge. Aber was ist, wenn eben dann plötzlich so eine biologische Waffe rumgeht? Also wenn halt dann, was weiß ich, mit einer Rakete sowas verschossen wird und das nebelt dann auf eine Stadt runter oder so. Das ist ja heute alles sehr leicht möglich. Also man kann da so und so viel Quadratkilometer einnebeln. Man hat das auch schon überall getestet, wie viel Erreger dann letztendlich unten ankommt. Bei welchem Wetter und so gibt es ja für alle solche Experten. Und dann könnte man halt eben einen Teil der Ukraine damit empfindlich treffen. Und ja, und dann wären die Leute eben nicht mehr bereit, hier irgendwelche großen Aufgaben zu erledigen. Also nicht nur die Soldatenaufgaben, sondern auch hier diese Zusatzaufgaben, Sachen transportieren, Dinge verwalten und so. Das heißt, da könnten dann hier empfindliche Einbrüche stattfinden bei den Ukrainern. Wie die Ukraine darauf reagieren würden, wie die Ukraine darauf reagieren würden, ist fraglich. Es ist jetzt nichts wirklich bekannt offiziell geworden über ein biologisches Programm. Allerdings lässt sich sowas sehr leicht improvisieren. Also es gab ja so viel Geheimmaterial, das im Laufe der Zeit dann doch von der Geheimatung befreit wurde. Also die Briten hatten lange Zeit diese riesigen Edelstahl-Milchkannen verwendet in einem Schuppen. Ja, also mit Botulism und solchen Stoffen. Das war halt lange Zeit einfach das Ding. Das heißt, jeder Trottel kann sowas machen. Und wir werden sehen, wie das dann ausgeht. Also biologische Waffen sind vergleichsweise billig, weniger kontrovers als der Einsatz von Atomwaffen. Sehr effektiv. Und bei dem passenden Erreger- bzw. Erreger-Mix ist die Gefahr eines Blowbacks, also Verseuchung der eigenen Truppen, gering. Wir haben ja gesehen, wie stark die Russen in Schwierigkeiten kamen mit der konventionellen Kriegsführung und den Kosten. Und wenn man jetzt eh schon Kampfstoffe, biologische Stoffe im Arsenal hat und die passenden Raketen dafür hat, dann ist der Einsatz von sowas natürlich dann super billig. Es gibt also längst nicht nur extrem tödliche Erreger wie Super-Smallpox oder Viren, die sich dann kreuz und quer ausbreiten, wie in einem Hollywood-Film. Sondern es gibt auch Incapacitating Agents, die nicht ansteckend sind wie eine Grippe und die betroffene Person für Wochen kampfunfähig machen. Oder arbeitsunfähig. Also nicht nur in mittelerletzten Wahl, sondern auch halt mitten in einem Konflikt oder früh in einem Konflikt, wenn halt die reguläre Kriegsführung nicht so erfolgreich ist. Also da gab es dann zum Beispiel hier ein sehr gutes Buch von Nicholson Baker, das heißt Baseless, über das gleichnamige Projekt damals. Ist ein sehr neues Buch, kam glaube ich raus während der Covid-Pandemie. Wir haben das natürlich dann auch mal ausgewertet. Nicholson Baker, der Autor, hat eine riesige Sammlung an US-Regierungsdokumenten und mit denen kann man auch auf unbekanntes Schluss folgern. Also man kann sich dann mal weiter durchhangeln und kriegt dann Geheimnisse raus oder man kommt halt Antworten sehr, sehr nahe. Also er fuhr von einem Baseless-Programm der 1950er Jahre, wenn im Koreakrieg, also die B- und C-Waffenkapazitäten für die US-Luftwaffe, sollten eine ebenso hohe Priorität erhalten wie Nuklearwaffen. Es gibt auch ein gutes Buch über Russlands chemisches Waffenprogramm von jemandem, der da lange gearbeitet hat. Der Titel entfällt mir gerade. Das ist ein ziemlich gutes Buch eigentlich. Der Autor erzählte dann diese schrulligen Geschichten, wie er dann abstruse Dinge machen musste, um halt eben als Chemiker da arbeiten zu können. Diese ganze ideologische Krempel da drüben. Und gab es dann auch Labors, wo die Sicherheitsvorkehrungen so schlecht waren, dass halt immer mehr Personal sich da halt verseuchte. Ähm, also B- und C-Waffen, super hohe Priorität. Ähm, seit damals gibt es Vorwürfe, die USA hätten im Koreakrieg heimlich Smallpox und andere Erreger eingesetzt. Ähm, Nordkorea beschuldigte die USA, Smallpox beim Rückzug hinterlassen zu haben, um die kommunistischen Streitkräfte zu treffen. Also einiges ist halt immer noch geheim. Selbstverständlich gab es dann Untersuchungen, was die Chinesen damals behauptet hatten, die Nordkoreaner. Ähm, die hatten jetzt auch nicht unbedingt natürlich immer das perfekte Beweismaterial zur Hand. Aber es wäre natürlich dann zu billig und zu leicht, einfach das alles hier vom Tisch zu wischen als kommunistische Propaganda. Ja, dafür ist das Thema Biowaffen dann noch zu, äh, zu wichtig. Äh, 1952 bestätigte der Vereinte Generalstab der USA die Vorschläge eines Ausschusses, B-Waffen einzusetzen, wo es militärisch vorteilhaft ist, anstatt sie nur als Abschreckung und letzte Option in der Hinterhand zu haben. Ähm, das, äh, Office of Policy Coordination bei der CIA unter Frank Wisner hing in der B-Waffengeschichte mit drin. Ich meine, die Amerikaner haben einen riesigen wissenschaftlich-militärischen Komplex, aus dem kam ja auch die ganze Klimaforschung raus und so. Äh, Wisner war an der Elite-Universität, ähm, an einer Elite-Universität in Virginia in der extrem geheimen Gesellschaft Seven Society gewesen und arbeitete später ausgerechnet mit Kim Philby, dem britischen Agenten, der alle möglichen Infos an die Sowjets verriet. Das OPC unter Wisner suchte nach neuen Möglichkeiten für biologische, chemische und radiologische Kriegsführung. Ähm, ein besonders heikles Wisner-Memo wurde von der Geheimhaltung befreit durch Jen Reno unter Bill Clinton wegen einem Skandal um Strahlenexperimente, wo Leuten radioaktives Material injiziert wurde. Also manchmal sickert dann doch was durch oder die Regierung muss was freigeben, wenn es eh schon durchgesickert ist. Und, ähm, äh, man muss natürlich dann alle wesentlichen solchen Enthüllungen kennen oder zumindest den großen Überblick haben, äh, muss dann aber auch darüber hinausgehen, ja. Also man kann das nicht machen, wie jetzt so manche das machen, ähm, dass man halt so auf die paar Sachen, die durchgesickert sind, verweist und sagt dann, das sei jetzt irgendwie die, das sei der gesamte Eisberg. Ja, das sei alles. Und, ähm, wer darüber hinaus denkt, der ist nicht seriös. Also das ist natürlich Quatsch. Ähm, also, ähm, bestimmte Datenbanken, also diese ganzen Geheimdokumente oder ehemaligen Geheimdokumente, bestimmte Datenbanken listeten Namen in dem Zusammenhang, deren Rolle bisher kaum bekannt und erforscht war, so wie Carol Haskins, der von den Elite-Unis stammte, bei dem Chemiekonzern DuPont ein Direktor war und Projekt Artischocke startete einen Vorläufer von MK-Ultra. 1952 bastelte das Chemical Core an Insekten, die resistent waren gegen Insektizide und geeignet waren, um Ernten zu zerstören. Gab auch Projekte für verseuchte Insekten, die Krankheiten übertragen auf Menschen. Medikamenten, resistentes Anthrax oder Tularämie, die resistent ist gegen Antibiotika. Militärs hackten Pläne aus, um Kubas Zucker- und Tabakanbau zu zerstören und auch die Arbeiter krank zu machen. 1960 soll die CIA im U-Bahn-System von New York einen Biowaffensimulationstest durchgeführt haben, im Rahmen von Operation MK-Naomi. Man befürchtete, die Sowjets könnten einen begrenzten Nuklearangriff kombinieren mit einem biologischen Angriff, um die flüchtende Bevölkerung krank zu machen in den Schutzräumen bzw. Bunkern. Umgekehrt sammelte die CIA Infos über sowjetische U-Bahn-Systeme, die zu einem weitläufigen Bunkernetz gehören, zum Schutz bei Atomkriegen. Also man stellt sich vor, dass die verängstigten Leute dann halt eben in die Bunker gehen und dann erkranken sie an Smallpox oder irgendwas. Als Koryphäe galt Vannevar Bush ausgezeichnet mit dem Order of the British Empire. Er wurde Vorstandsmitglied beim Pharmakonzern Merck, der auch am Biowaffenprogramm der USA beteiligt gewesen war. Detaillierte Pläne wurden erstellt, um 70 russische Städte auszuradieren durch die Luftwaffe. Dann Pläne für 1200 Städte im gesamten Ostblock, geordnet nach Priorität. Dann gab es die Federbombe, enthielt Vogelfedern, getränkt mit biologischen Krankheitserregern. Unter Codename Noodle wurde eine Anlage in Pine Bluff, Waffen gegen Ernten entwickelt, vor allem Weizen. Es gab eine Studie über die bestmöglichen Ziele in der UdSSR. 1953 ging dann prompt die Ernte in Ungarn um 40% zurück. Kann Zufall gewesen sein, kann aber auch nicht so gewesen sein. Operation Fiber drehte sich um die Zerstörung der Kaffeeproduktion in Guatemala, um die kommunistische Regierung zu stürzen. Allerdings natürlich im Kalten Krieg hatten wir es anscheinend auch schon mit dem Kartell der Supermächte zu tun. Also hat man sich nicht gegenseitig richtig krass hier unbedingt attackiert mit biologischen Waffen, sondern immer in einem gewissen Rahmen. Also es geht den Supermächten immer hauptsächlich um sich selber, ihren Status und ihre Verteidigungsfähigkeit gegenüber gewöhnlichen Ländern, die vielleicht mal wieder Imperium spielen wollen. Norman Cournoyer, der an heiklen Sachen gearbeitet hatte, meinte, die USA hätten im Korea-Krieg Biowaffen eingesetzt. Sein Forschungspartner Frank Olson hatte die Nerven verloren bei Programmen für Biowaffen und Verhörmethoden mit Medikamenten und Folter. Er wollte reden und wurde bald daraufhin aus dem Fenster eines Hotels geworfen, streng nach Anleitung der CIA. Man hat halt dann später gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist. Dann hat man gesagt, wir hatten ihm eine Woche vorher oder sowas LSD ins Glas geschmissen und dann sei er gesprungen. Aber es war anscheinend einfach nur ein Attentat. So, jetzt gab es noch kürzlich oder vor nicht allzu langer Zeit die Veröffentlichung dieses Buchs über den Hyperkrieg von amerikanischen Generälen. Future War heißt das Werk. Also einige der ehemals höchsten Generäle der USA und so, die schreiben dann, dass im Jahr 2000, ich glaube es war 2029, dass wir halt dann im Westen angegriffen werden mit einer Kombination aus verschiedenen Methoden. Das heißt, neue Krankheit als gezielter Bioangriff aus dem Ostblock. Also die nennen das dann Covid-29. Und dieses Covid-29 schädigt halt uns im Westen, aber nicht die Leute im Ostblock. Und es ist auch keine Monster-Mega-Killer-Seuche, sondern es schwächt halt einfach die westlichen Kapazitäten. Es nimmt halt im westlichen Militär ungefähr 15 Prozent seiner Leistungsfähigkeit und das wird dann kombiniert mit Cyber-Attacken. Ich warne natürlich schon seit dem ersten Moment der Covid-Pandemie, warne ich davor, vor einer Doppelkrise, einem Doppelschlag. Also das heißt, mitten in einer Virus-Pandemie kommt dann eben eine Cyber-Attacke, eine Cyber-Pandemie. Und zusammen ist das natürlich dann wesentlich, wesentlich schlimmer. Das war auch einer der Gründe, warum viele Länder halt eben dann doch konsequent die Covid-Pandemie halt eindämmen wollten. Es ging nicht nur um die Covid-Pandemie, es ging um die Verwundbarkeit während Covid gegenüber weiteren Angriffen, etwa durch Computerwaffen. Also das heißt, kaum einer wollte öffentlich darüber reden, fast niemand eigentlich. Und jetzt kriegen wir das aus Brot geschmiert hier in dem Buch Future War von den höchsten oder ehemals höchsten amerikanischen Generalen. Ja klar, biologische Kriegsführung aus dem Osten, kombiniert mit Cyber und Dings und Bums. Und dann kann der Ostblock hier da große Sprünge machen und wir haben dann das Nachsehen. Ja, also das heißt, das ist nicht unbedingt das Ende der Welt. Also wir ermutigen die Leute ja ständig zu Zivilschutz, also halt zu eigenen Vorsichtsmaßnahmen. Wir versuchen da jetzt nicht irgendwelche dumme Panik zu verbreiten. Ja, das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier weite Teile vom Herbst und Winter quasi hinter uns gebracht, ohne größere Blackouts, ohne Riesenprobleme. Aber prinzipiell, es gibt ja 10, 20, 30 Angriffsstrategien, die da verwendet werden können. Muss natürlich nicht das Ende der Welt sein, aber es kann natürlich dann sich dumm auswirken auf denjenigen, den Einzelnen, der halt schlecht oder gar nicht vorbereitet ist. Und man sollte sich da auch nicht wirklich auf den Staat verlassen, auch wenn er schon viele Krisen in der Vergangenheit übertüncht hat mit einfach mehr Geld, mehr Schulden. Also ob jetzt Flüchtlingskrise oder Covid-Krise oder Bankenkrise oder was auch immer. Wurde eigentlich nie wirklich was gelöst an strukturellen Problemen, sondern immer nur übertüncht mit mehr Schulden. Und ähnlich ist es halt auch im Bereich Sicherheit von der Bundeswehrzeitenwende, hatten wir jetzt noch nichts groß mitbekommen. Auch der Zivilschutz, da passiert ja immer noch nicht viel von staatlicher Seite aus. Wenn es mal knallt, kann natürlich dann Rot-Grün sagen, ja, wir haften nicht für die Schäden der einzelnen Bürger. Wir haben noch denen eine Webseite hingestellt, ja, Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Wir haben noch schöne Broschüren da zum Download angeboten, also das sind die Leute selber schon. Wenn sie halt sich nicht gehalten haben an die Empfehlungen, ja. Also das sollen die Leute halt eben dann doch bedenken, dass man da nicht wirklich hier einfach nackig dasteht, wenn mal irgendein Problem auftritt. Sie finden weitere Infos unter recenter.com und recenter.media. Außerdem finden Sie uns unter shop.recenter.com, ganz leicht zu merken, shop.recenter.com. Und finden Sie alles Mögliche für Ihren persönlichen Zivilschutz, auch für Ihre Freizeit. Also vom Wasserfilter, passende Klamotten bis hin zu Stromgeneratoren, Langzeitlebensmittel, auch Produkte aus den USA. Wenn Sie Beratung brauchen, schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an.